Musik BlauroTV nach dem 1 zu 1 in Köln, Max Klump bei mir noch. Heute eher ein Spiel für die Verteidiger als für die Offensiven. Ja, es ging in zweiter Mannschaften generell so, der Fall, dass sie sehr gut spielen können, dass sie spielerisch sehr gute Akzente setzen, aber haben wir gut gemacht, bis auf einmal, aber das ist okay, das passiert. Also zufrieden mit dem 1 zu 1? Ja, was heißt zufrieden? Wir haben schon einen hohen Aufwand betrieben, haben es gut gemacht, finde ich, und hätten auch den Sieg verdient gehabt, aber dann ist es so, es ist jetzt kein verlorener Punkt, sag ich mal. Wie war das Spiel für dich persönlich? Über die Flügel sind zu viel gekommen, es war viel Laufarbeit notwendig, viel Geacker? Ja, war zu erwarten, aber es war auch mein Spiel, also war okay, mag ich. Also freust du dich auch über die nächsten drei Spiele, wo es dann weiter gegen Zweitvertretung geht, wo man wahrscheinlich Ähnliches erwartet? Ja, also ich denke auch Köln war spielerisch die stärkste Mannschaft von denen, Gladbach wird da sicherlich nah dran sein, aber es gilt jetzt einfach, dass wir auch wieder ins Spielen kommen, damit wir nicht nur verteidigen müssen, weil das können wir auch gut. Heute haben wir es top gemacht, haben eine Chance, die wir hatten, 100% genutzt und wir müssen dann einfach mehr Chancen erarbeiten, aber das wird schon. Gut, danke dir. Ich danke euch, ein schönes Wochenende.